Ein herzliches Willkommen unter Lutzer und Werdepadler bei Dragon Quest Elf. Ich bin Samson Muffix. Wir sind hier gerade an unserem Lagerplatz und... Boah, wir können mal kurz in den Shop gehen und schauen, ob es was cooles gibt. Äh, was beim letzten Mal so geschehen... Äh, naja, F7 soll ich mir da echt ein neues Schwerk kaufen? Ne, lieber nicht. Ähm, wir waren hier beim letzten Mal unterwegs und sind hier durch die Stadt... äh, durch die Landschaft hier gereist, auf der Suche nach der nächsten Perle. Und so wie es da aussieht, sind wir kurz davor, diese zu finden. Wir, äh, haben nämlich etwas über einen Vogel gelesen, der gerne Sachen stiehlt. Und möglicherweise hat der unsere Perle. Ich würde sagen, aber davor benutzen wir mal unsere Schmiede. Wir haben ja letztes Mal ein neues Buch gefunden. Und da können wir mal schauen, ob wir hier was Neues schmieden können. So, wenn ich darf. Waffen schmieden. Hm. Ich werde nie irgendwas anderes schmieden können. Aber ich habe doch letztes ein Buch gefunden. Doch, 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 doch. Ah, ne, das ist der. Den können wir eh nie machen. Eschen, oh, das ist neu. Das ist neu. Mir fehlt noch ein Platin jetzt, dann könnte ich das sogar machen. Schade. Ich dachte, wir können irgendwas Neues herstellen. Aber auch von wegen. Eschenburger ist ein Scheiß-Platin jetzt. Keine Lust auf die doofe Schmiede. Na gut, damit schmieden wir halt nicht. Dann speichern wir jetzt erstmal. Und dann würde ich sagen, Ruhm ist ein bisschen aus. Wir haben jetzt einen Bossfight, der wahrscheinlich voran steht. Ich denke mal, wir müssen jetzt hier gegen diesen merkwürdigen Paradiesvogel, der hier das Jubilägestohlen erkämpfen. Irgendwie sind wir schon 22 Stunden, man. Irgendwie kommt es vor, als hätten wir irgendwie noch nichts erreicht in dem Spiel. So, und dann ausruhen. Und zwar bis zur Abenddämmerung. Ich mag es immer bis zur Abenddämmerung. Und wenn die Sonne so untergeht, dann sieht man das Spiel mit dem schönsten aus. Genau, das hat er, das findet es jetzt richtig schön aus. So, okay. Also, unser Ziel ist es jetzt, genau, zum Horrorhorst zu reisen. Wie in fünf Gottesnamen komme ich da nur hin, ist die Frage. Ja, das schafft man schon. So, ihr trägt mich nochmal aus. Ich dachte, ihr werdet es Platinschleiber. Du bist jetzt hier irgendwelche. Lass die Erde von mir weg. Ich bin auch überleveln, liebe Leute, Mann. Ich tue Allscreen immer ganz entspannt leveln. Und dann Imports müssen wir dann wenig Random Encounters machen. Aber bei dem will ich nämlich besiegen. Weil, wenn ihr euch noch daran erinnert, das war immer ein Bossfight. Und der war gemein. So, wir müssen Jade auswechseln. Das hat nämlich ein Rund. Dafür kommt jetzt Eric rein. Weil, es gibt nämlich einen coolen Move. Den werde ich aber erst zeigen, wenn es soweit ist. Und zwar brauchen wir dafür Eric, Maxi, äh, nee, nicht Eric. Maxi, Ronaldo und, ähm, und Jade. So. Grits. Maxi, Ronaldo und Jade. Habe ich schon richtig gesagt. Okay. Boah, da kommt der Wampa. So. So, wir machen den Meuchelmörder. Äh, ne, es klappt eh nicht. Man kann es auch mal testen. Bam. Wieso ist der Dicke jetzt gekräftigt? Mh, nervt mir nicht. So. So. Kein, das mehr. So, müssen wir aber unbedingt, äh, machen, weil, also, äh, ja, okay, wir können uns trotzdem sagen, was der Move ist. Nämlich, äh, wenn, äh, die drei gekräftigt sind. Das ist, äh, ist mir einfach so mal random passiert, als ich da mein, oh, muss ich da hoch, äh, als ich da mein, äh, Abenteuer gemacht habe und bis er gegrindet hat. Ähm, da gibt es nämlich so einen Special Move zwischen den drei und dann, ähm, kommt auf einmal, äh, kommt dann metallische Schleim. Und metallische Schleim, wie gesagt, gibt 2.000 Erfahrungen. Beziehungsweise, und dann ist da halt noch so ein Schleim und der gibt 10.000 Erfahrungen. Also, hammer geil, Mann. Hammer, hammer geil. So. Gut. Aber naja, wir müssen ja mit Stolz hier voranschreiten. Ihr wisst ja, wir sind eine Schülerin der Mini-Medaille. Äh, Mini-Medaille-Schule. Boah, komm. Ja, krabbel da langsam vor dir hin. Komm schon, du bist doch hier. Es heißt Greed-mäßig, ich kann so einfach durch die Gegend jumpen. So, da, da hin. Schleime, Mann, das sind nämlich meine Erstfreunde. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist mir auch nicht beim Grinden mal passiert. Ja, wir müssen jetzt gegen einen Kingschleim kämpfen. Was zum? Die Schleime? Sie verschmerzen miteinander. Hallo. Ich bin ein Königsschleim. Ja, das ist nämlich gar nicht mehr so schön. Oh, schön. Außer, was ich glaube, meine Fähigkeit Baric. Okay, Reinaldo ist auch im gekräftigen Modus. Das heißt, äh, Aufstellung, wir raus mit dir, Reinaldo. Und dafür, hm, tun Veronica rein. So, Fähigkeiten, Grids. So. Ganz schön mal, die sind nämlich die Schleime. Der ist verdammt stark. So, was habe ich denn? Magie, ein Suksjater. Einfach keine coolen Fähigkeiten eigentlich. Krach. Alle Feinde. Oh, Krach. Das ist ein neuer Zauberling. Der ist doch praktisch. Auf eine Gruppe. Eine kleine Explosion. Magie, ein Suksjater. Knirsch. Ein einzelner Feind. Oh, cool. Genau. Dann schauen wir mal, ob der Züchtiger klappt. Dann Flammenbühne. Hier seht man, wir haben uns so viel abgezogen. Und der ist immer noch im vollen Bereich, Mann. Oh, jetzt hat er wieder auch noch Spiefer, der. Oh. Du bist so, Madik. So, jetzt blockt er einfach noch ein random, eine Attacken, Mann. Wird immer cooler. So. Okay, ich spiele für die Willis. Oh, Bruder stirbt. Du kannst natürlich nicht heilen, gell? So solltest du auch. So, dann habe ich noch ein, mein Guerill Geysir. Ah, Angriff wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber egal. Wurscht, komm. Wir spekulieren jetzt. Ja, Usa. Mein Name, hätte wir mit Serena wieder überleben können. 678, die geben mir mal eine gute Erfahrung. Ah, Serena. Also, wie gesagt, wir müssen das jetzt unbedingt triggern, weil, wie gesagt, dann erhalten wir ein paar schöne Schleime. Und mit den schönen Schleimen macht das natürlich viel mehr Spaß. Man erhält mal gescheit viel Erfahrung. Und dann können wir uns wieder ein paar mehr random Encounters skippen. Und was ist ja schön, dass random Encounters zu skippen. So. Gut, weiter geht's. So, wir sind hier übrigens... Also, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir auf dem richtigen Pfad sind. Aber zur Halbe hört sich das doch gut an. Ich meine, dass da so ein silbernes Juwel gestohlen worden ist, das könnte eins von denen sein. Wahrscheinlich ist das irgendeine Sidequest, die ich hier gerade mache. Eschenburger Heller. Witziger, da kommt hier ein Eschenburger Heller an. Ist das was zu essen? Ich hoffe es. So, Stealth, 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 Stealth. Und weiter geht's. Meins, meins. Feuerstein, was mit mir. Ey, Leute, man, hier ist ja... Haben die Vögelchen ein bisschen was fallen lassen, oder? Wenn hier so viel Zeuge drum liegt. So, gut, und was ist da? Zum Horn aus. Jo, betreten auf eigene Gefahr. Ha! Jetzt ein Abenteurer, Mann. Ja, du wüsstest, was wir schon besiegt haben. Jawohl, ein Kraken. So einen merkwürdigen, fetten Drachen. Aber diese ekelige Spinne, die war sehr nervig. Ansonsten haben wir noch keine so... Ich weiß nicht. Ansonsten können wir mal sagen, was wir schon als erlebt haben. Aber irgendwie hatten wir. Okay, die Riesenspinne, die war schon schlimm. Aber ansonsten hatten wir noch keine so Eindrucksvollen Gegner. Genau, Leute. Der Schiller 2 gleicht, ey. Wir sind ja von richtigen Pfad. Ich freue mich. Hätte schon sein können, dass wir hier komplett umsonst hinlatschen. Oh, meine Krabbeler. Die sind so cool. Krabbar. Krabbar. Der Name, Mann. So. Hm, was machen wir denn? Meuchelmörder. Ich will ja, irgendwann... Irgendwann muss der doch mal klappen. Oh, der macht 10 Schaden. Alter, mach ich die. Okay, die haben so eine hohe Verteilung, aber trotzdem macht der verdammt wenig Schaden. Äh, Brutze. Na, Brutze ist nicht so gut. Knack. Oder ich bin einfach... Grundschonel-Level für diese Gegend. Das könnte natürlich auch sein. Ich hoffe jetzt mal nicht. Gritz. Na, alles gut. Gritz ist einfach der stärkste Zauberspur in diesem Spiel, Mann. Trifft nicht. Oh, ein Schaden. Woh, 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 woh. So, 340 Punkte. Sehr gut. Und ein Feuer. Was will man mehr? Tun wir jetzt kurz ausruhen. Können wir immer gerne mitnehmen. Nein? Komm, bleib schon. Ausruhen. Und. Oder warte mal. Wir speichern noch kurz davor. Fünf Meter sind wir zwar nur gelaufen seit dem letzten Speicherpunkt, aber man kann nie oft genug speichern. Das ist meine Tevise. Hey, von uns ist es schon mal passiert, dass das Spiel einfach so abgeschmiert ist. Oder, oder. Das ist natürlich schön. Das Spiel ist ja ein, ähm, klassischer Rollenspiel. Das heißt natürlich mit dieser schönen Sache, äh, okay, du spielst, du spielst, du spielst und irgendwann stirbst du und all deine Erfahrung, du gegrindet hast, ist weg. Ja, ja, Final Fantasy 7. Ja, ja, Final Fantasy 6. Das hat mir alles schon passiert, Mann. Äh, Final Fantasy 6, weiß ich noch, da habe ich eine sehr unschöne Erinnerung, wo ich ewig mal lang mal gegrindet habe, so anderthalb Stunden und dann einfach so, bam, spielstabgeschlüsse. Also, äh, nicht spielstabgeschlüsse, ich bin gestorben. War sehr lustig, Mann. Hab ich mich sehr gefreut. Hab ich richtig gelacht. So, euch kenne ich doch. Oh, Max ist gekräftig, Mann. Bad is, bad is, bad is, bad is, bad is, warte. Äh, Aufstellung. Aufstellung, ähm, Eric Ross. Erion, Aldo, Rhein und ähnlich was ist. Bo, das ist eigentlich Wurscht. So, und jetzt seht ihr mal übrigens was Geiles. Bo, das ist eigentlich auch eine solche Erinnerung. Bo, das ist eigentlich schon Wurscht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hier ist einfach so, wenn ich versenkeitsst. Was? Aha. Hammergeil. Okay. In 9 von 10 Fällen kommen hier nämlich äh kommen hier nämlich dann die verdammten Metal Slimes und keine Jagdroboter. Die übel stark sind und mich wahrscheinlich jetzt plattmann. Ach geil, Mann. Freut mich richtig. Alter, die sind jetzt verdammt stark. Ja, und sie dürfen alle zweimal angriffen. Ja, weil wir sind ja lustig. Und ich mache ihnen so wenig Schaden. Zwei Schaden. Und ich habe Eric die Lust dabei, Mann. Meine Heilung sieht man. Heißes 13 Leben, oder? Erics Attacken müssen einfach nur treffen. Dann wird es sich lohnen. Super. Es ist so malig, Mann. Da wollte ich einmal was im Spiel zeigen, Mann. Und dann natürlich ist es das, was passiert. Ich habe das, äh, zwei, drei Mal gemacht und da kamen immer Schleime. Zweimal, glaube ich. Aber hier, klar, wenn ich das im Display mache, ist eh klar, dass es nicht klappt. So. So, Jade, komm schon. So, look, es ist jetzt hinterher stärker als alles andere. Es gibt nichts, was es ist, es ist hinterher stoppen kann. Ähm, Mittelmulti, bringt nichts. Aufstellung. Eric, raus mit dir. So, und dann der, ich weiß nicht, macht irgendwie alles keinen Schaden. Er ist doch eigentlich voll aus Metall, oder? Aber scheint mir wahrscheinlich, dass den jetzt hier interessieren. Tö, noch besser. Da hatte ich gerade verdammt Glück, dass ich das überlebt habe. Ihr seht, da sind übrigens noch die, äh, Luftblasen, weil vorhin habe ich ja einen Gegner gehabt, der, ähm, oh nein, ich hätte mehr Heilung, da hätte ich ja gekonnt. Ähm, der, ähm, der, der, der noch schläft. Also, ich habe ja vorhin gegen das Meisterschaften gemacht. Ihr seht, da sind immer noch die, äh, Luftblasen von dem. Ist ganz lustig. So. Aber es ist so kacke, Mann. Äh, ich glaube, davor spei, ich habe doch eigentlich gespeichert. Eigentlich kann ich neu laden. Eins. Also, Maxi, das Angriffskraft sinkt ja immer weiter hier. Die sich schon auf null wahrscheinlich. So, Bodo jetzt. Gritzmann. Drecksviecher. Alter, Alter, und dann geben die nur so. Ja, Eric, das ist natürlich so. Hey, jetzt ein bisschen mehr Erfahrung hätten die das schon geben können, Mann. Okay, gleich wieder mein Camp. Wo ist mein Camp? Hallo? Camp? Da. Irgendwo hier? Irgendwo da. Nein, 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 passt alles. Eigentlich sollte ich echt neu laden, Das ist nicht malig, Mann. Hätte sich so gelohnt, Mann. Und wie gesagt, da tauchen dann, also bei mir sind da, da tauchen immer zwei Schleime auf und, ähm, ein so flüssiger Schein. Und der flüssige Schein gibt 10.000 Erfahrungspunkte. 10.000, müsste ich mir das vorstellen, Mann. Ah, aber naja, so ist es übrigens ein bisschen mehr bekämpfen. So, und dann können wir das hier ein bisschen skippen. So, legen wir los, Mann. Also, Malheap, ich hoffe, das ist ein metallischer Gegner. Scheinbar nicht. Also, wieso gibt's, für was habe ich den Metallheap, wenn der eh eigentlich gegen keinen klappt, Mann. Wirst du mir sagen, dass das kein metallischer Körper ist, oder wie? Ist das ein Tier? Nein, ist es nicht. Vielleicht mache ich auch einfach so hart, wie ein Schaden. Kann natürlich auch sein. Aber sind die Gegner echt hart, schwach, Mann. Hau ab, Mann. Genau. So, ganz erst auf Jade muss man echt in der Party, aber man sieht so stark, Mann. So, okay, gut. Eibock. So, ich bin ein Eibock. Oh, ich wäre sonst, glaube ich, gar nicht weitergekommen, gell? Blop, 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 hallo, habe ich schon lange noch mal gemacht, gell? So, warte, was steht da, was steht da? Ähm, Schulzeitung sein, keiner von der, das ist auch super. Gut, alle, hopp, alle, hopp, haha, dieses Movement ist so cool. Alle haben sie Angst vor mir. Ich bin auch ein Monster. Hey, ich bin ein Monster, ihr könnt es mich nicht angreifen. So, oh, das sind diese, wie heißen sie? Ich weiß noch mal, wie sie heißen. Die, aber zumindest mal in dem einen Fighter, in dem einen Boss da waren. So, bang. Ich brauche Maxi auch unbedingt die stärkere Variante von Peng, weil der normale Peng lohnt sich echt nimmer. So, aber zum Glück haben wir da Jade dafür. So, erstmal auf die gehen. So, Ronaldo. Hiyo! Oh, er macht ein bisschen Schaden mit seinen, mit seinen Attacken. So, auf Wiedersehen. Schleim. So, 483. Mann, und für diese Jäger habe ich 600 Punkte bekommen, man. Das sieht man schon wieder, wie leerlich das ist, man. Die Jäger waren echt saustark, man. Okay. Wir haben uns das übrigens ein Vogel. Hui! Hehehe! Glaubst du kannst von mir entkommen, du Kackvogel? So, wisst ihr, was auch für diesen Boss halt unglaublich wichtig ist, wenn ich mal drankomme? Ich weiß gar nicht, wieso ich mich muss erst was drankommen, das nervt mich. So. Ist nämlich Jade. Und ihr werdet auch gleich sehen, wieso. Aber erstmal, den Kanal, den Vogel, alle. Also, Maxi mit seinem Knister ist geil, aber wisst ihr, was die wichtigste Fähigkeit ist? Hier. Äh, wo habe ich es? Äh, der Untoten und der fliegende Feinde besonders schmerzhaft trifft. 107 Schaden, Baby. Schade. Wollt ihr euch da ein Jade rechnen? Keiner tut man eine Jade, was man. So, Maxi, weicher im Anschluss nicht mehr ein Gegner zu besiegen, Jade hat leider einfach ein Gegner besiegt, man. Und alle anderen haben da fünf Angriffe gebraucht für den einen anderen. Naja. So. Jetzt Speedrun wir aber hier ein bisschen, flabber da weg mit euch, weg. Greift mir eigentlich einer von den an? Nö. Find ich sehr gut. Ich will nichts von euch und ihr wollt nichts von mich. Das find ich super. So. Oh. Hier müssen wir runter. Oh, warte. Absteigen. Wahrscheinlich muss ich sogar den benutzen. Ich weiß es zwar nicht, aber er glitzert, also nehm ich ihn mal. So, dann hau her. Sagen wir es drauf, was Kleiner. Hm. Hallung Sieb, oder? Sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, Rinaldo. So, jetzt kommt wieder mein bestes Mädel. Ey, sie ist so überbaut, Mann. Ich kann auch nichts dafür. Ich weiß zwar nicht, ob es ein Untoter ist, aber scheinbar ist es einer. Bam! Da kam der Stock wieder. Ich will mich hier ärgern, Schleim, Mann. Schleim, ich bin mit Schleim. Gegner, die sich heilen, Mann. So. Warte geht's. Komm. Wo muss ich eigentlich hin? Ah, da hin. Ach so, okay. Dann kraulen wir, mein kleiner. Blub, 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 blub. Oh, nice, Mann. So, und. Komm schon. Zack, 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 zack. Das ist cool, Mann. Das ist mir. Wieso kann ich das nicht anstatt plötzlich haben? Anstatt dem normalen Pferd. Würde ich gerne immer mit dem rumreiten. Aus der Bahn war ich, ja. Weg da, Digga. Weg da. So, hier ist ein Erz. Platin jetzt. Oh, Leute. Platin jetzt. Das heißt, es sollte vielleicht möglich sein, dass wir hier endlich unser Weg da, Digga, sagte ich. Beste Methode zu kämpfen. Es sollte vielleicht jetzt endlich möglich sein, dass wir unsere Rüstung herstellen hier. Spätzring, jo, nehmen wir mit, danke. Und da geht's. So, wo muss ich denn hin? Da hinten. Ah, ist der Bahn, Mann. Mit diesen dicken Typen. Ups. Bin ich jetzt nicht einfach wieder zurückgegangen? Möglich. Nö? Ich glaube, wir waren hier noch nicht. Ziehen wir sicher. Halt waren wir hier noch nicht. Ah, und da hinten sind die Condor-Klingen. Und da müssen wir hin. Haben wir alles richtig gemacht. Schau, mein kleines Viech. Ja, vermisse die jetzt schon. So, auf nach oben. Und nochmal auf nach oben. So, da sind die Condor-Klingen. Und da ist unser Bossfighter. Gott. Zauberwasser, nehmen wir mit. Dann machen wir nochmal hier schnell alle heilen. Dann stöten wir jetzt hier in den Bossfighter. Da oben sind noch ein paar mehr Vögel. Und das ist dann wahrscheinlich hier der Boss. Okay, Leute, legen wir los, Mann. Ja, was habt ihr Menschen hier verloren? Glaubt ihr, könntet mein nächstes ausnehmen. Und, äh, ich mein, Schatz, kein. Ja, ich werde es zeigen. Okay, der ganz recht ist der Stärkste. Akzeptabel Schaden. Oh, es kotzt mich an, wenn ich nicht anfangen darf, Mann. Das ist nervig. So. Also, machen wir das erstes Mal. Ich weiß nicht, mit Maxi kann ich irgendwie nichts hinfassen. Ich weiß nicht. Brennvogel, Brennvögel, gut. Sieht ganz gut aus. So, okay, war das. Na, das ist nicht dumm. Wartet mal. Also mit Maxi könnte ich eigentlich schön, das hätte ich eigentlich schönes Zister machen können. Okay, mit ihr muss ich definitiv hier Erdertuch machen, das sind wir auf dem Paradiesvogel. Wow. So, machen wir ja mal mega Schwächung. Klappt nicht. Oh, schön. Alter. Multiheilung. Meine, meine, meine Random Encounter. Okay, das ist jetzt ein Bossfighter, aber trotzdem. Meine Standard, meine Gegner. Die jetzt, sag ich mal, gar nicht so stark sind, Mann. Die können bessere Zauber als ich. Und jetzt nach 20 Spielstunden. Ich kann immer noch keinen Heilzauber, der auf mehrere geht, Mann. Das ist so lächerlich. So. Musst du jetzt schnell besiegen, Mann. Die werden nämlich auf den Senkel. So, Flammheb. Komm, mach mal halt. Machen wir uns nicht, ey Gritz. Das ist auch wirklich totes. So, deine Buddies sind besiegt, Dicker. Dann, würde ich sagen, stürzen wir uns auf dich, oder? Bam. So, völliges Solo. Macht eigentlich ziemlich wenig Schaden. Aber egal. So, dann machen wir mehr Heilung. So. Ich kann mich nämlich auch heilen, gell? Ist voll lustig, wenn man sich die ganze Zeit heilt. Hä? So. So lustig, nämlich. Und was habe ich hier? Ich kann mal ein Heilungsspieg machen. Wenn der so 100 Schaden machen würde, dann wäre er echt cool. Also, Jack kann ja, kann sein, kein Zauber, ist nicht schlimm. Hier, da hätte man eh mehr Schaden, als alle anderen Kämpfe hier zusammen. Okay, Fähigkeit, erntet. Und so. Bam. Und wenn ich bitten darf, mag sie, beendet es. Oh ja. Machen wir noch nicht. Dann muss der gute Bude jetzt hier mal wieder rein mit Gryth. Kehrt das ja normalen Werte zurück. Ja, komm, greif Bude an. Greif nicht Bude an. Alter! Du Kackvogel. Aber er ist eh trotzdem gleich tot. Hat er vielleicht noch 150 Leben oder so. Was übrigens ziemlich viel ist, weil ich mache immer so wenig Schaden. Also mit Jade. Endlich. So. Und damit ist er Paradies Vogel besiegt. 500 Fahndungspunkt. Ja, 4.900. Okay, du wärst echt schwach, das ist ganz cool. J-Level ab. Sonst keiner. Ah doch, Bude auch noch. So, Magie hinzu können sie noch. Serena, round, level up. Oh, das kommt okay. Und Monica auch noch. Aber die wichtigen Maxi. Maxi erkannt. Dann ist es so wichtig. So. Okay, Leute. Und schauen wir. Was ist in der Kiste? Was ist in der Kiste? Was ist in dem Paket? Die silberne Kugel. Okay. Ja. Endlich haben wir die silberne Kugel in die Hände bekommen. Wärter gedacht, dass sie hier oben finden werden. Aber du dich nicht auf deinen Lob an auf. Maxi, wir müssen die Suche fortsetzen. Bis wir alles 6го gefunden haben. Nennennennennennennennenn. Ich hab was gemacht, Erika. Was hast du eigentlich gemacht? Ich sag schon wieder Erika. Was hast du gemacht in der Zeit? Du hast nichts getan. Also, Leute. Läuft, läuft, läuft. Gut. Mach ich ganz easy, man. Post weiter. Also, der war generell jetzt nicht so schwer. Kann ich da jetzt nicht runterhöpfen irgendwie? Lad mir das gerade runterhöpfnen. Was mir so cool sein. Waaaaah. So, na, lass den Weg crashen, man. Okay, Leute, war doch eigentlich ganz erfolgreich hier Ich würde sagen, an dieser Stelle können wir dann erstmal Oh, ich gehe übrigens in die Verschrichtung Ich glaube, wir müssen hier raus brauchen Ich finde es jetzt nicht raus Ich glaube, an dieser Stelle beenden wir dann hier auch erstmal den Part Beim nächsten Mal reisen wir da weiter hin Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo es das nächste Mal weiter geht Aber wird unsere Partie schon irgendwie wissen Aber erst beim nächsten Mal geht es weiter Bis dahin, haut rein, ciao